Und das geht los. Gegen den anderen Angangspraktik. Definitiv von den kleinen Gästen. Immer der sehr gute Patrick. Aber bisher, beide Tiefs ohne Verluste. Ein Megabod, sicher ein neuer Wasser, wenn ich einen verloren habe. Also auf beiden Seiten Größe stehen wir uns. Hinter der Däger steht die non-deutsche Relevade einfach. Wir machen ihm egal. Ich wollte ihn jetzt vergessen machen. Und wir haben 1-2-3. Weil rechts statisch das Ratsch. Und 1-1. Auf deutsche Seite ist das Malte. Malte ist richtig hier. Hier transplantiert uns sage ich, also bei uns begleitet. Wir kommen bei uns so und an die Welt und dann bis gleich. A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A. Und der nächste Durchgang. Deutschland D-Mark. Dezima gegen G-A-S. Das ist ja alles, was da fehlt und rumhängt. Passt bis drauf. Und schwer damit vor sich zu bleiben. Hier haben wir einen Pro. Hier haben wir den Kaffee schon mal gefleert. Da haben wir ein 2 zu 1 gewesen. Der Gegner beruht zu Beginn. Das ist an dieser Stelle gar nicht so. Und da wissen wir, ist das ein Signal oder eine Abwehr? Vielleicht eine Aufgabe, dann weiß ich nicht. Ja, das war ein Aufraus. 2. 9. Dezima. 2. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 3. Danke. Und wir haben das ganze Teil von D.A.G.L.O.N. Reis. Und wir haben einen kleinen Trees-Matter. Und wir haben hier einen kleinen Trees-Matter. Und wir haben hier einen kleinen Trees-Matter.